Hallo und herzlich willkommen bei den Haas Steuernachrichten. Heute geht es um Kindergeld für ein volljähriges Kind mit Behinderung, Vorsteuerabzug im Rahmen des Ehegatten-Vorschaltmodells sowie ein neues BMF-Schreiben zur Anhebung der Betriebsausgabenpauschale. Für ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, besteht ein Anspruch auf Kindergeld, wenn es wegen seiner Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Zu prüfen ist, ob das volljährige Kind mit Behinderung sich selbst unterhalten kann. Ist das der Fall, steht den Eltern kein Kindergeld zu. Bei der Prüfung ist der finanzielle Bedarf des Kindes einerseits und die dem Kind zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel andererseits gegenüberzustellen. Zu den finanziellen Mitteln des Kindes zählen das Pflegegeld und wenn dieses Kind wie im Urteilsfall verheiratet ist, der Ehegattenunterhalt. Das volljährige Kind mit Behinderung, für die ihre Mutter Kindergeld beantragt hat, war hier mittlerweile eine verheiratete 30-jährige Frau mit Behinderung, nennen wir dieses Kind Theresa. Fraglich war, wie sich der Ehegattenunterhalt und damit die Bezüge von Theresa berechnen. Hier war nämlich der gesunde, erwerbstätige Ehemann von Theresa zusätzlich gegenüber einem Kind unterhaltsverpflichtet. Der BfH vertritt die Ansicht, dass der an sein Kind zu zahlende Unterhalt, die den Ehegatten gemeinsam zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel mindert. Damit vermindert sich auch die Höhe des Ehegattenunterhalts und letztendlich die Bezüge von Theresa. Decken die dadurch geminderten Bezüge von Theresa nicht ihren errechneten finanziellen Bedarf, steht der Mutter von Theresa ein Anspruch auf Kindergeld zu. Diese Art von Berechnung hat der BfH jetzt erfreulicherweise entgegen der Auffassung von Finanzamt und Finanzgericht zugunsten der Mandanten zugestimmt und damit hat die Mutter für Theresa Kindergeld erhalten. Streitig war im vorliegenden Fall der Vorsteuerabzug der Klägerin aus dem Erwerb eines Pkw. Bei dem Vorschaltmodell handelt es sich um ein steuerliches Gestaltungsmittel zur Ermöglichung des Vorsteuerabzugs. Dabei wird einem Unternehmer, der selbst nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, in unserem Fall ein Arzt, ein anderer Unternehmer vorgeschaltet. Letzterer erwirbt das Wirtschaftsgut, hier ein Pkw, und verliest ihn steuerpflichtig an den nachgeschalteten Unternehmer. Im Urteilsfall kaufte die Ehefrau ein Pkw. Sie war von ihrem Ehemann finanziell unabhängig. Diesen Pkw überließ sie ihrem als Arzt selbstständig tätigen Ehemann mit Leasingvertrag gegen marktübliches Entgelt zur beruflichen Nutzung. Der BfH entschied jetzt, das geht. Die wirtschaftlich unabhängige Ehefrau kann aus der Anschaffung des Pkw, den sie an ihren freiberuflichen Ehegatten vermietet, den Vorsteuerabzug geltend machen. Aber Achtung für die Praxis! Eine Besteuerung der privaten Verwendung, also die unentgeltliche Wertabgabe für diesen Pkw, durch die Vermieter-Ehefrau an den Ehemann muss im Urteilsfall aber noch nachgeholt werden. Mit BMF-Schreiben vom 06.04.2023 hat die Finanzverwaltung die Höchstbeträge für die Betriebsausgabenpauschalen angehoben. Bei hauptberuflicher, selbstständiger, schriftstellerischer oder journalistischer Tätigkeit auf 30% der Betriebseinnahmen von bisher höchstens 2.455 Euro auf 3.600 Euro. Und bei wissenschaftlicher, künstlerischer und schriftstellerischer Nebentätigkeit auf 25% der Betriebseinnahmen von bisher höchstens 614 Euro auf 900 Euro. Das war's für heute mit den Steuernachrichten. Alles Gute und bleiben Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017